Was ist eigentlich so los bei der FDP? Die verlieren ja überall anscheinend, fliegen die aus den Parlamenten gerade raus in Deutschland. Ne, das stimmt so nicht. Wir sind in Nordrhein-Westfalen nicht gut, aber wiedergewählt worden. Wir werden auch in Bremen am Sonntag Erfolg haben. Das Thema in Berlin ist sehr bitter. Und es gibt ja keine Gerechtigkeit in der Politik. Aber ich habe mir mal die Wahlergebnisse angeschaut und die CDU wird das jetzt machen und hat bereits ihre ersten, soweit ich das beurteilen kann, ihre ersten Versprechen gebrochen. Wenn Sie jetzt heute aus der FDP rausfliegen würden, in welche Partei würden Sie gehen? Wenn ich aus der FDP rausfliegen würde, das geht ja gar nicht. Man kann ja die Leute gar nicht rausschmeißen, wie wir wissen. Dann würde ich das Bedauern zur Kenntnis nehmen und würde mich dann zur Ruhe setzen. Und vielleicht passiert es jetzt, damit ich endlich Ruhe gebe. Nein, es gibt für mich keine Alternative.